Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier und zu Hause, vorab Frau Brems. Ich fände es ganz gut, wenn Sie mir Ihre Rede einen Tag vorher geben könnten, dann könnte ich die Parts bei mir aus der Rede rausstreichen, die dann sich überdecken. So muss es jetzt trotzdem bringen. Große Koalition beschließt EEG-Reform mit verheerenden Folgen für den Industriestandort NRW. Rot-Grüne Landesregierung schaut bisher tatenlos zu. So heißt der Antrag der FDP, und ich finde schon, die Überschrift ist falsch. Gemessen daran, auf was sich die Argumentation gegen die Energiewende meist beschränkt, nämlich not in my backyard, wäre die korrekte Überschrift für den FDP-Antrag eher Energiewende, not in my Wirtschaftsraum. Das Gesamtergebnis dieser Reform ist aus unserer Sicht schlecht, und zwar vorwiegend nicht schlecht für die Industrie, sondern schlecht für die Energiewende. Das gilt es zu beklagen und nicht, dass die Industrie marginal an den Kosten beteiligt werden soll. Es soll einen atmenden Deckel nun auch für Windenergieprojekte geben. Atmende Deckel, das klingt toll, aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Windenergieprojekte zukünftig Probleme bei der Finanzierung bekommen werden. Denn wer sagt den Interessenten denn, ob ihr Projekt am Ende sich refinanziert? Viel wichtiger aber die Frage, wie belegt er es dem Kreditinstitut, dass sie Finanzierung übernehmen soll? Bei einer Planungszeit von zwei Jahren und durch den atmenden Deckel und möglicherweise sinkenden Bezügen wird es schwer, die ohnehin nicht so rosige Rendite bei Windrädern so darzustellen, dass sie die Gelder auch bekommen, um ein Windrad zu bauen. Das Ergebnis wird sein, Finanzierung von Windenergieprojekten bleiben denen vorbehalten, die es sich auch erlauben könnten, ein paar Jahre auf Rendite zu verzichten. Das trifft sicher nicht auf die kleinen Projekte engagierter Bürger zu. Hier wird also massiv der Markt an die Unternehmen übergeben. Als ob das noch nicht genug sei, packt die Bundesregierung noch ein Ausschreibungsmodell ab 500 kW hinzu, also eine weitere Hürde für engagierte Bürger. Eine Studie der IZES kommt gar zu dem Ergebnis, dass die Ausschreibungen weder zu sinkenden Kosten führen, noch dazu, die Energiewende voranzutreiben. Die Autoren der Studie gehen weiter. So sagen sie zum Beispiel, kleine und mittelgroße Anbieter haben mit großer Wahrscheinlichkeit keine Chance zur Marktteilnahme. Auch aus dieser Änderung spricht also die tiefe Sehnsucht, die Energiewende nicht den Bürgern zu überlassen. Mit aller Macht soll das Stromoligopol am Leben erhalten werden. Und noch ein Beispiel. Die 10 kW-Grenze für PV beim Eigenstromverbrauch liegt viel zu niedrig. So werden auch da gerade die Zusammenschlüsse zu kleineren Bürgerenergieprojekten aufs Korn genommen. Auch da ruft der Entwurf uns entgegen der deutschen Industrie gewidmet. Ich sage Ihnen mal, was das alles auf mich wirkt. Die Politik hier und in Berlin strampelt sich ab, das sinkende Schiff der Energieerzeuger über Wasser zu halten. Immer wieder werden dazu Arbeitsplätze instrumentalisiert. Immer wieder ist die Rede von wegfallenden Arbeitsplätzen. Aber niemand stellt sich denn Realitäten. Denn auf lange Sicht werden diese Arbeitsplätze wegfallen. Wir wollen doch die Energiewende. Wir wollen doch weg von den fossilen Energieträgern, oder etwa nicht? Wenn wir die Energiewende also wollen, dann werden wir damit umgehen müssen, dass diese Arbeitsplätze wegfallen werden. Und statt sich permanent hinzustellen und zu sagen, um Himmels Willen, das geht nicht, wir brauchen die Arbeitsplätze, sollten Sie endlich den Schritt wagen, sich dem anstehenden Strukturwandel zu stellen und diesen konstruktiv zu begleiten. Sorgen Sie jetzt dafür, dass hier in NRW neue Arbeitsplätze in den Zukunftsbranchen der Energiegewinnung entstehen. Schauen Sie, wie lange wir die fossilen Energieträger realistisch gesehen noch brauchen und begleiten Sie den Ausstieg daraus. Das dürfen Sie ja von mir aus auch Masterplan nennen, denn das wäre in der Tat mal einer. Ich vermute ja, dass Ihnen die Beteiligung der Kommunen bei LWE weit mehr Sorgen machen als die Arbeitsplätze, die Sie hier immer wieder nach vorne schieben. Aber auch dabei wäre es falsch, das Schiff über Wasser halten zu wollen, weil Sie nämlich kostbare Zeit verschwenden. Ich sage Ihnen, wie das aussieht. Das Schiff sinkt und Sie schnallen permanent Heliumballons an die Reling, um es vom Sinken abzuhalten, anstatt die Passagiere, nämlich die Kommunen und die Arbeitsplätze von Bord zu holen. Bis Sie realisiert haben, dass es zu spät ist, können Sie nur noch zuschauen, wie es versinkt. Wir möchten nicht, dass es so kommt. Daher noch mal der Appell, beginnen Sie jetzt, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu planen. Tun Sie alles, um die wegfallenden Arbeitsplätze mit den Zukunftsbranchen der Erneuerbaren zu kompensieren. Schauen Sie nicht zu, wie das Schiff versinkt. Und vor allem stehen Sie endlich zu einer Energiewende in Bürgerhand. Weg von Konzerngewinn hin zu kommunaler Wertschöpfung mit sauberer Energie. Vielen Dank.